...Rennen, in der vorletzten, ich weiß gar nicht mehr, was sie waren, letztes Jahr. Und jetzt geht's los! Markus Fedelauf hat oben voll sehr gut weg, da biebt er als erster in die Kurve, überzieht und wird jetzt an die Wand gespielt, da hat es noch nie mehr, da gibt's den Überstatt. Ich glaube, das ist die so spieler, nee, ist er nicht. Mh, nee, das ist er nicht, ich kann es nicht sagen, aber Ed van Assen war auch beteiligt. Und ich glaube, dass da die Spurstange weg ist von Markus Wibbler, er ist wie ein Schneeflug unterwegs gewesen, danke.